Liebe Freunde, liebe Gäste, liebe Journalisten, herzlich willkommen. Ich freue mich dieses Jahr ganz besonders, dass wir hier auf der Besse Düsseldorf auf der Boots sind. Wir zelebrieren ja fünf Jahre Bundesliga. Kommen wir zum wichtigsten Thema eigentlich, warum wir heute sind. Wir haben einen neuen Partner, Kraftwerk Favorite Tools. Endlich mal einen Partner, der so richtig zur Liga passt. Es gibt, glaube ich, kaum einen größeren Bedarf an hochqualitativen Werkzeug als bei den Seglern. Kommen wir zum nächsten Mal.